Ich hab Angst. Wovor? Vor dem Monster. Von dem Produzenten der Re-Animator-Filme. Das Spiel fängt erst an. Ein unschuldiger Mann. Zu Unrecht verhaftet. Ich schätze, heute war einfach nicht dein Glückstag. Kann entkommen. Jetzt ist er die Beute. Gut, wenn du mich willst, dann musst du kommen und mich holen. Eines Jägers. Eines Geschöpfes der Natur. Wovor! Experimente mutiert. Programmiert, um zu töten. Nein, ich hab... Was ist das? Ein Rottweiler. Töte! Nein! Der Mensch gegen die Bestie. Wer wird überleben? Wo bist du denn? Könntest du dich mehr mithalten? Rottweiler. Auf DVD und Video.